so leute da sind wir beim nächsten booster und ich habe noch ein bisschen in der kiste umgewühlt ich habe noch ein kaltheim collector booster gefunden und das mache ich heute mit euch auf und wir gucken uns mal an was in diesem kaltheim collector booster so drin ist wir haben erst mal ich habe vergessen wie faded die karten aussehen ein schwarzes mana village rights instant man opfert eine zusätzliche kosten der kreatur und zieht zwei karten sehr coole karte anders sie invader sechs mana 5 6 flash wenn es bier kommt kommt ihr getappt spiel okay das sieht strange aus hagi mob fünf mana fünf vier mit bows das heißt wenn die kreatur angreift kann man zwei mana bezahlen und ein schaden auf irgendein target zu fügen krass kann man nur einmal pro nummer eistunnel kommt getappt im spiel ist ein snowland für insel swamp ja cool und glacial footplanes das ist das blau weiße davon kommt auch getappt spiel dann haben wir unsere erste uncommon avalanche kayla zwei mana 1 3 für zwei meiner witness snowland zu einem 4 4 elemental mit eile und hexproof den habe ich ganz hart damals gehypt und fand den super aber irgendwie spielt hier niemand rune of mortality zwei mana man verzaubert und permanent ist wenn spiel bekommt sie mit karte wenn das verzauberte permanent eine kreatur ist hat sie dev touch wenn es verzauberte permanent ein equipment ist hat die equippte kreatur dev touch sehr cool dann haben wir einen snow covered mountain mit einer fetten kratzer drin da seht ihr diesen kratzer krass krass hässlich kacke und wir haben spectral deluge sechs mana sorcery man bringt jede kreatur mit power x oder weniger auf die hand zurück weil x die insel ist die einzelne insel ist man kontrolliert mit vorteil für drei mana und zwei monats maxi sehr cool dann haben wir scam farm avenger zwei mana 3 1 immer wenn ein anderer non-token elf oder berserker stirbt dürft ihr eine karte ziehen und vielleicht leben battle of frost and fire fünf mana saga erste saga sie fickt vier schaden an jedem nicht giant zu und jedem planeswalker zweite saga scry drei dritte sage wenn man eine kaste was ein spell kaste manne kost fünf oder höher diese runde zieht man zwei karten werfen wir gehabt okay dann haben wir vega the watcher drama 2 2 fliegend und immerhin den spell kastet außer der von der hand dann dürft ihr eine karte ziehen die ist cool ich mag das artwork und dann haben wir haunting voyage sechs mana sorcery man sucht den kreatur typ aus bringt dann alle was ne zwei kreaturen mit diesem kreaturen typ aus dem friedhof wieder ein spiel und wenn man den fortellt hat bringt man alle mit dem aus dem spiel ja fortell für sieben sehr teuer dann haben wir harald king of scampha 3 mana 3 2 menace und wenn das spielfeld kommt gucken wir uns über fünf karten unserer bibliothek an wird könnte elfen warrior oder tyva karte davon reveal und sie auf die hand nehmen und den rest und das deck legen als kommande vielleicht und dann haben wir uuuuuhhh dark boar pathway das grün schwarze pathway in alternativen artwork foil sehr sehr cool und wir haben komas coil und ein human warrior auch mit einer fetten print line drin cool ja das war das booster ich hoffe ihr hat spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin abgesbekommen